BR 2018 Wow, wie toll ist das denn? Weil du die Sternprinzessin bist, haben wir uns ein Lied für dich ausgedacht. Make a wish Cause everything you've ever wanted Is one dream away Just the universe Cause it will make all your desires come to life Ask a shooting star And it will make your dreams come true They can fall right from the sky into your life Danke, Babys. Ihr seid die Besten. Star Magic Tears Wow, eine Sternschnuppe. Oh, wir müssen uns was wünschen. Ich möchte ganz viel kochen. Ich möchte ganz viel singen mit hoher Stimme. Ich möchte ganz viel Rollschuh laufen. Ich möchte am liebsten hoch in der Luft schweben. Sternschnuppe, erfülle mir bitte meinen Wunsch. Oh, ich schwebe. Ja, das macht Spaß. Ich bin so froh, dass es Sternschnuppen geht. Ich habe Burger gemacht. Ich nehme meinen mit. Hm? Schmeckt gut. Lecker. Ich mache noch mehr. Cupcakes. Lecker. Kuchen. Und Pizza. Miam, miam, miam. Ich kann nicht aufhören. Ich will aber nicht mehr. Ich komme nicht mehr runter. Probier es mal damit. Ich habe sie. Spaghetti. Mehr Spaghetti. Spaghetti? Ich will keine Spaghetti. Ich bin total voll. Ich habe das Glas. Spaghetti. Wir müssen die Wünsche irgendwie abschalten. Die Wünsche abschalten? Ich glaube, ich habe eine Lösung für das Problem. Es war einmal eine Babygruppe, die hatte Wünsche bestellt bei einer Sternschnuppe. Sie hatten genug von diesen Dingen. Darum ging sie zum weisesten Baby. Denn dieses Baby wusste, dass eine neue Schnuppe gefunden werden musste. Soll diese neue Sternschnuppe erscheinen, muss das Baby vom Anfang der Geschichte weinen. Wir müssen Ayla zu Tränen rühren. Damit sie vor Freude weint. Ich binde dich mal fest, dann fliegst du nicht weg. Danke schön. Das wäre besser. Ayla. Wir haben dir zum Geburtstag zusammen ein schönes Bild gemeint. Guck, für dich. Wie schön. Ich behalte es hier, dann kann ich es immer sehen. Lass dich umarm, Ayla, von uns allen. Vielen, vielen Dank, Babys. Ähm, es hat nicht funktioniert. Ayla musste nicht weinen. Wir werden ewig so bleiben. Ja. Wenn wir die Zeit doch nur zurückdrehen könnten. Wir haben uns Dinge für uns selbst gewünscht. Nichts gemeinsames. Wir waren egoistisch. Wenn ich mir noch mal etwas wünschen könnte, würde ich mir wünschen, mit meinen Freundinnen zusammen spielen zu können. Und ich gemeinsame Mahlzeiten. Weil es zusammen besser schmeckt. Und ich, dass wir alle zusammen singen. Aber ohne zerspringendes Glas. Und ich würde mir wünschen, zu landen und alle zum Arm. Oh, das sind so schöne Wünsche. Dann erdiktiert. Sternschnuppe, hör mir zu. Bitte mach alles wieder gut. Oh. Oh, was ist denn los? Ich werde langsamer. Ich schwebe nicht mehr. Alles klar, wir sind wieder normal. Hallo, Babys. Das war ich. Eure neuen Wünsche haben mich total bewegt. Oh, danke schön. Du hast noch mehr gebacken, Conny. Aber du kannst doch jetzt aufhören. Ja, aber für uns alle zusammen. Ich möchte etwas Süßes. Haha.